Gefühlt unsere ganze For You-Page war voll mit Spaghetti-Körbis. Deswegen wollten wir den auch unbedingt mal selber probieren. Der kommt ja einfach nur für sieben Minuten in die Mikrowelle. Also ist wirklich super leicht zu machen. Und dazu haben wir uns dann eine vegane Bolognese gemacht. Aber ihr könnt auch theoretisch jede Soße nehmen, die ihr gerne zu Spaghetti's esst. Wir haben einfach Zwiebeln angebraten, dazu veganes Hack und eine Bolognese-Base. Und dann war der Körbis auch schon fertig. Und wie ihr seht, zieht der wie so Spaghetti-Fan. Deswegen heißt der auch so. Und da kommt dann einfach die Soße rein. Und das war's dann auch schon. Also es geht wirklich super schnell.